Und die Schulter dann wegschicken, ideal, aber das, genau, loben, Pause, ne, der braucht ganz viel Pause, aber es klappt. Hast du das jetzt schon gefilmt? Gut. Deine Hammer sieht es gerade, wenn ich die ganze Quatsche. Dann bauen wir doch mal was auf. Ich muss mich jetzt vermeiden, dass du dann was zu leicht hast. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schufte und schufte und schufte und ich kriege eine Pause. Du kannst jetzt auch da rüberlaufen ohne ihn und dann pfeifst du mal nach ihm. Red dich mal um beim Gesicht zu ihm und jetzt pfeif. Dann rufst du auch mal. Renn rückwärts, renn rückwärts. Renn rückwärts. Renn rückwärts. Renn rückwärts. Renn rückwärts. Am besten ein Galopp, ne? Dann gleich. Ach so. Hatte dir einen Sprung aufgebaut, ne? Aber ist egal. Ja. Ach so. Macht nichts. Ja. Ja. Sonst schafft er es nicht. Er ist ja so klein. Okay. Tu so als hätte es geklappt. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm. Ey, du musst dich da hinstellen. Das Mitlaufen kennt er, glaube ich, nicht. Ja, okay. Ja, du schieb. Ich mach's mal einmal, damit dann nicht die Lust kommt. Warte, damit keiner kommt. Ich denk mal, dass er das jetzt nicht versteht. Und dass er wieder so ein bisschen eigen ist. Ja. Ja. Niklas ist cool. Er ist Gran. Oh, du Labs. Oh, du. Wie passa das jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020